Guten Morgen, herzlich willkommen zu neuen Erkenntnissen von Kilometer 11. Heute vom Schnick-Schnack-Schnuck-Lauf. Kurze Erklärung, Martin steht für den Winken, Waldweg ist für den rechten Waldweg. Und dann geht's los, fertig. Schnick-Schnack-Schnuck, Martin gewinnt, Winker-Waldweg. Und wir kommen dann hinterher. Und da hinten die zwei Trotte hinterher. Und so rennen wir jetzt schon über eine Stunde durch den Wald. Das macht ja heller Spaß. Aber bringt mich zu der Erkenntnis, es wäre viel mehr Entscheidungen über Schnick-Schnack-Schnuck gefällt als mir, glaube ich. Glauben wir es nur. Martin, da ist Schnick-Schnack-Schnuck-Entscheidung für heute. Und noch Couching, halt mir. Okay, fertig. Schnick-Schnack-Schnuck, Martin gewinnt Couching. Drei oder zwei. Super, alles. In diesem Sinne, immer für alle. Schnick-Schnack-Schnuck.